Die ist ja richtig eingestaubt. Hallo Leute, Gamescom 2022. Gamescom 2022. Äh, August. Es wird gefilmt, es wird Spaß gehabt und das alles mit unseren Freunden. Da ist Max. Oh, ich schneide das raus, Thomas. Ja, ja, warte, warte, warte. Was der Kölsch, was schnärzig je in deinem Leben trinkt und nicht Mausberg jetzt glasen, naja. Muss nicht schmecken, muss wirklich. Ja, Kinder. Und das, wie ich eure Mutter getroffen habe. Tag 1. Vitamina ist bereit. Und wer ist denn das? Hey, aus dem Weg. Aus dem... Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Unfassbar, wirklich. Ach, und jetzt geht er weg. Ach, ja. Ach, geil. Maxi Nilia. Ja. 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 Sebastian. Sebastian. Auch bekannt als Sebastian oder als Sterzing. Hey Leute, ihr seid jetzt in Taminas Gamescom-Blog. Hey, 2022, Tamina geht auf Klo. Das Leben geht weiter. Jedoch bin ich jetzt allein. Nur der Twitch-Chat ist dabei. 2021, äh, 2022, August. Gamescom, da ist euer Vater, der Sterzig, der Vlogmaster 6000. Da sitzt ein Streamer und streamt. Und hier sind wir. Tribas, danke für dein Sub. Wer möchte jetzt subben? Hier, live in Taminas Vlog. Subt rein, sofort. Los. Ja. Kein Sub, nein. Das ist enttäuschend. Wirklich enttäuschend. Niemand... Okay, wisst ihr was, Leute? Ich will... Also, hier bin ich. Hallo. Hallo. Schaut mal. Ne? Livestream. Livestream. Da habe ich kurzerhand das Pschsch-Geräusch vergessen. Pschsch-Geräusch. Da ist Zeit nicht zu ernähren! Es gibt keine solchen Zungen! Stimmen Recher! Marius! Ja, schirte sie das! Sehr gut! Okay, geht da von beiden Seiten an! Danke für dich, sind wir alle bereit? Ja, wir sind bereit. Guten Morgen, guten Morgen. Oh, sorry. Alles gut, ich bin fertig. Ja. Und was gab's? Schöne Gnocchi mit Pesto. Und bei dir? Hallo. Bei mir gab's eine Pizza. Wow. Ja, tags. Danke. Wir gehen jetzt hinter Halla 8 in die Red Bull Lounge. Und dort holen wir uns ein Getränk. Und dann gehen wir wieder. Smart, ne? Die sind alle los dort. Tschüss. Wie mach ich das aus? Roter Knopf. Roter Knopf? Wo? Nein, da hinten. Der rote Knopf. Oh Gott, du bist verdammt. Die Red Bull Lounge. Ein Bereich zum Kuscheln, zum Ausruhen. Zum was? Und zum Trinken. Was ist das erste, was du gesagt hast? Zum Nuscheln. Ach so. Ein schöner Tag. Ich bin so gespannt, was heute alles passieren wird. Und ich erst. Psst. Wen haben wir denn hier getroffen, Tamina? Ja. Oh mein Gott. Es sind Mauke und Milchbaum. Milchbaum. Na. Ich kann nicht mit Kameras. Drück doch mal zusammen, Kinder. Aber wir sind so bleckbar als heute. Oh nein. What the hell? Lieber mal zusammen. Oh mein Gott. Vlogception. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber hier, ich zeig dir. Happy Birthday. Da ist Tamina. Da ist die Zeit. Oh Gott, hätten wir das jetzt verpasst. Warte, noch nicht. Hier ist auch Tamina. Ja, doppelt. Oh mein Gott. Happy Birthday. 25. Jetzt bin ich alt. Ein Leonardo DiCaprio würde mich nicht mehr daten. Wow. Aber ey. Guck mal her. Guck mal her. Wow. Pikachu. Was? Hast du den auf der Gamescom geholt? Tamina mit ihrem Sohn. Ja. Ich verrisse Falco. Willst du... Hm, da ist er. Okay. Unser Kameramann. Willst du was in die Kamera sagen? Alles Gute Tamina. Zu deinem 25. Geburtstag. Dankeschön. Dankeschön. Na? Na? Lächelt doch mal. Prime. Prime. Nutzt alle euren Prime. Twitch Twitch Prime. Primesub. Oh, du filmst. Primesubs sind kostenlos. Mehrkostenfrei. Wir streamen jetzt gleich. Tamawa hat Geburtstag. Geburtstags Tamawabis. Ihr heißt jetzt übrigens Tamabis. Das ist die Fangemeinde von Tamina. Ihr seid jetzt Tamabis. Gute Wunsch. Oh, lass dich nicht stören. Hallo. Sterzig. Da sind ganz viele Sterzmäuse unter Mabis. Leute, winkt mal. Das dauert jetzt einen Moment. Ja, ja. 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 Ganz viele Tamabis. Ja. Schön. Wundervoll. Ach. Klasse. Ja. Und, wie geht's dir jetzt, wo du so geburtst? Mir geht's wundervoll. Mir geht's wundervoll. Ja. Mir geht's super. Wie geht das? Ja, wieder weg. Bis dann. Danke, dass du reingeschaut hast. Wo muss ich draufklicken? Oh mein Gott. Schwerzig. Hier. Nein, du musst hier drücken. Ach da. Die Messe. Tamina am Zuckeln. Hallo Taminas Vlog. Sind das für die Tamabis? Ja. Halli. Halli. Ja. Ja. Transformers. Transform. Was ist denn los? Max, du Transformers. Wo bin ich? Wow. Die Gamescom ist immer wieder ein Erlebnis und Genuss. Ja. Was machst du denn heute noch? Ich werde gleich etwas essen gehen. Was gibt's denn? Ich weiß es nicht. Ich glaube es geht zu einem Italiener. Italiener? Dann probieren wir uns richtig schön Pizza und Pasta rein. Soll ich hier jemanden verprügeln? Das war's. Das war ein Rauschendankespecial. Wo ist denn das Auto? Da sind immer schlimm. Das ist Taminas Geburtstag. Wir feiern. Du hättest jetzt mal die dumme Schnauze. Leute wir waren heute auf der Gamescom und wir sind gerade richtig am Team-Tinner-Essen. Wir machen jetzt keine schöne Prosciotto, eine Alpiata und ein bisschen Broschetta. Gamescom! Das wird ein toller Vlog-Tabin. Das ist einfach so ein Ding. Ja, grüße aus Spandau. Das ist einfach so ein Baumgartner. DankeUR, danke. Danke schön! Wir sehen uns darauf, dass wir uns mehr abschlippet.